Jordan ist heute krank Jordan ist heute krank, Freunde Deswegen werde ich heute ganz alleine streamen Nur kurz einen Freund, Freunde Ey, ganz kurz, ich muss kurz meinen Ingwer-Shot trinken Energie? Energie, ich brauche richtige Energie jetzt hier Für den Stream, hier auf Twitch Komm, wir haben ja noch ein bisschen geschrieben, ne? Seid mies, leise Ey! Mein Ding ist raus Was sag das, ja? Sag mal, Freunde, hört ihr mich auch mal von hier? Ich kann auch mal ein bisschen näher kommen mit den Dingen Das ist hart, hab ich gehört, ne? No, 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 Pico Wir machen einen Nacken klein Einen klein Okay Streicheln wir mal ein Ohr Streicheln wir mal ein Ohr Okay Nimm mal Luft Wir werden ja zusammen Alles wegtragen Und uns eine Kulisse aufbauen Namens Beach Volleyball Oh, Baby Oh, mein Gott, was ist das? Ey, hier Biss Volleyball-Paget Ey, das ist noch nass Das ist noch nass Warte, die kommen gleich Der Mann mit dem härtesten Schiff der Welt Nein, 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 nein Mein Herz, das brennt Wenn ich dich sehe Damit kann ich heute zum Onkel gehen Ey, du musst noch passen, Junge Warte jetzt Ja Ey, Freunde Oh, fuck Die ist ein bisschen eng Hey, die ist voll eng Ich kann dich mal so machen Guck Du bist so fett geworden, ne? Aber Ey, wie ist das? Ey, ich brauche eine andere, ja? Jetzt sieht das nochmal alles hier ein bisschen anders aus Hier in der heutigen Landzester Steh wieder Ah, das ist ein bisschen eng Ach, das ist mein Fuß, Junge Ich bin Smalling Die haben die Tausch kaputt gemacht Komm Oh, mein Fuß Warte, mein Fuß an Oh, mein Gott Schieb doch, Junge Das geht doch kaputt, Mann Warte kurz Willst auch du 50.000 Euro verdienen? Ey, hier liegt noch viel Verkunftsfohler, ja? Bei Nebenwirkungen lesen Sie den Arzt Oder praktisch bei Lager Lesen Sie den Arzt und Partiker BOM, BABY Gib mal hilfreich zu werden Okay Okay, jetzt muss ich mir Gewicht draufballern Ah Ey Hey Ey Baby, schack dir Ey, lass das vernünftig machen Wir müssen das gleich alle sauber machen Okay Baby Gib mir die Chance, noch was zu sagen Ich mach einfach mal mit dem Genie Was? Wie soll man die denn? Es geht fast los Aber auch nur fast Ja Meine Güte, alter Schmach Hast du jetzt Angst gehabt, ne? High five Komm mal, unser Getränk Nimm deine Kokosnuss Wir haben ein Kokosnusschen Und wir haben einen Kokosnussstrohhalm Bambo-Strohhalm Und erst mal Nein, 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 nein Die ist aufgegangen Wo? Hör doch mal Ey, mein Stuhl, mach mal deinen Stuhl Hä? Du Spannkopf, ja? Jetzt geh mal, jetzt werd ich sauer Jetzt werd ich sauer Warten, mach mal auf Ey, du hast doch aufsaggeschlagen Warum ist die so hart, ja? Ey, 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 ey FRAILE! JINZ! HOHOHO! Bist du B-Clop? Junge, geier doch nicht, Mann, das ist meine! Du hast mal die ganze... Du hast mal den ganzen Kokos aufgedrucken! Uuuuh, die schmeckt nach Fliegen! ...vertreu mir! Auf Borde! NEIN! 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 Bist du behindert, Alter? Ey! Ah! YES, BABY! BABY-SCHLAK-D-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ! Damit kein Sand in meine Hose kommt! Checkt ihr, was ich mein' so auf diese Basis? Also, dann macht er seine Nationalhymne! Heiligkeit und Recht und Freiheit Für das Semi-Hunde-Land Wir begrüßen den Hundeflüsterer in unserem Land. Denn wir sind Deutsche und wir lieben uns. Braun, jetzt geht's los. Bring the action. Wenn du willst in den Club. Ja, Motti sagt, warte ist Oma. Ey, warte ist Oma. Okay, Freunde, drei Spiele, Verlierer kriegt eine Bestrafung. Auf warte ist Oma Basis, weißt du so. Kennt ihr Gillette? Okay, erstmal herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß, viel Glück. Für wer seid ihr Freunde, Samuel und John. Warte, warte, ohne schmettern. Wenn ich anpfeife, geht's los. Ohne schmettern. Wer darfst du hier auf dieser Diener bleiben? Ja, okay. Was ist das los? Diese, was sagst du, Spanischanakonda? Hey, 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 Netzball, Netzball. Das ist Netzball. Das war zählt. Schüsse, Herr Schluck, das ist Netzball eigentlich. Hat dein Mann, das zählt. Ich schwöre, das ist Netzball. Netzball zählt. Ich schwöre, das ist Netzball. Du hast gespielt, das Netzball. Dann ist das kein Netzball. Oha. Was? Oha. Hör auf, immer scherz Ausreden zu finden. Okay, okay. Ja. 3-1. Der war eigentlich aus. Was für aus, Junge. Spiel, komm. Wo sind wir hier mit dem Jogi Löw unterwegs? 1-1. Nein, 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 nein! Alter! 2-1. Jawohl! Ja! Ja, Baby, Baby, oh Baby, oh nein, nein. 2-2. Spiel auch 50, Mann. ja baby baby gib mir die chance noch was zu sagen denn ich bin ja vernünftig mann was nichts hat deine fresse hat nichts gib was ja 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 erstes spiegelt an mich das ist die stimme des fußballs ich bin auch vernünftig das zählt nicht was zählt nicht was zählt nicht was zählt nicht was wirst du 3 oder sagt 3 0 ja komm hier ich hoffe dir so fest zu halten ja bruder du spielst doch dahin was ich mache PESCH ja so so spielst vernünftig alter so hast du gemacht spielst vernünftig ja baby die anaconda wow jungen mal spielst vernünftig was ist das was guck mal wieder spielst du schlug auf alles alter dann geh weg und nerv mich nicht ORF NICHT DICHT wenn der drin war ne ja FICK NICHT warum geht dir ein Fock an ja jungen spiel vernünftig mal ja PESCH OHA du spielst du ja du spielst du ich spiel auch so ok tut mir leid ja ich bin zu schön für dich spiel weißt ja nicht spiel ich spiel ich spiel ich spiel jetzt guck mal ja guck mal ja so machst du ich spiel auf meine mutter so machst du ok ok ja LOCK DIN jaaa wie viel steht es 5 3 ja ja guck mal jetzt ja ja mein Teil hat gebrochen ha 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 5 4 hm ha 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 ich deine Oma ist ein Hund alter mit dir macht keinen Sinn zu spielen ha ha JA ja der erste Aufstück ist doch alles so vernünftig ja hä jungen lass mich mit dir keine mit dir die Diskussion zu führen ne 4 das würde ich mit ner Wand reden hm das ist das lächeln ja warte mal jetzt wie seine Aufstücke schon sind der kackt komm wir schon mal ja ha ha oh mein Gott lass mich nicht diskutieren oh mein Gott lass mich nicht diskutieren was ist das für die scheiße was du abziehst ja das einzige was ich abziehe ist dem Semmy in Volleyball weißt du wie ich meine oder was Finale komm Finale oh erstmal Alarm komm ich spiel aber vernünftig jetzt ok einmal singe halt meine Hand oh oh Finale oh Finale oh 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 baby gib mir die Chance noch was zu sagen da mir liegt was am Herz und schon seit Tagen wenn du nicht mehr bei mir bist fühle ich mich weh yeah komm mal her jetzt ey lass mich doch mal einen coolen Abgang machen ich mach doch erstmal einen coolen Abgang machen mal erstmal einmal winnersack optim wie die Volleyballer boah der erste Ball muss vernünftig sein Mann hejjjjjjjjj midfjjjjhjj Franj Das ist doch! Wir haben das Weizen geschafft! Das ist los... Ich bin Spanier! Ich bunt dich weißt du das ist der Frederico der kommt aus Mexiko Ja sagt in mein Gesicht, sagt in mein Gesicht Alter wir spielen die Volleyball Alter Komm doch alles in deine Augen rein 3 zu 2 wieviel stehts Ja! Alter was haben wir rausgezut? Was ist das? Hallöchen Puppelchen sind wir wieder da? Hau mal den Ball! Hau mal den Ball! Loslassen Alter Jetzt mach mal doch hier ein Völlchen weg Machen wir den Völlchen weg damit ich bald so sagen kann Ey ich bin Jordan Black und Sammy Black Jordan Geller und Sammy Black Jetzt ist mein Mikrofon raus Wir sind Jordan Geller und Sammy Black Warte mal Halt dein Mauma ich hab doch schon 18 Jaaa Pech 3-3 Ich wollt ehrlich abbrechen Ja Pech für dich 3-3 Bruder ist das dein Ernst? 3-3 Suck dem Modo Suck dem Modo du Alter Was ist das für eine Scheiße ja? Hör auf dass du du zu bedertes Kett Mach du nur eine Sache in deinem beschissenen Leben Na vermiss dich Ich sag mir den Typen darf man nichts in die Hand geben Nichts Das geht doch kaputt Nichts Ey das geht nicht kaputt Ey die Leute sollen das sehen Boah Kotz auf dich Hier Eier Das ist Eier drin Eier 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 Pedigold Ding 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 calidad Hier kommt der Eiermann Hier kommt der Eiermann Extra Ser Mi Hey wir wollen die dicke Eier sehen undo Eier Alter, hier ist alles voll mit Eiern. Alter, mir ist ein blitzes Eier gewachsen. So Freunde, schickt uns das alle auf Instagram. Ich habe gestern schöne Nachrichten bekommen. Ich finde es sexy, ne? Was ist das? Ich... Jetzt überlebt euch mal. Mein ganzer, wirklich toller Samt, ja. Mir kommt immer noch zu, oder was? Übertreiben auf, wenn ich will, könnte ich... Guck mal, guck mal, wie es hier runtertropft. Das ist deine Arbeit. Das ist deine Arbeit, siehst du? Guck mal, das ist deine Arbeit. Guck mal, guck mal, bitte. Ich bitte kaum noch. Das war gerade noch ganz, wollte ich auch noch mal kurz sagen. Da freue ich mich, morgen freue ich mich richtig. Morgen machen wir eine richtig geile Sache. Morgen sind wir wieder um 20 Uhr live auf Bridge. 20 Uhr, bring the action. Freunde, wir machen am Samstag einen 24-Stunden-Stream. Das werden mir aber auch noch mal genau bekannt gehen, weil da werden krasse Sachen gemacht. Weißt du, so wirklich auf sexy. Radisama! So richtig, hier raus. Hier raus müsst ihr reden immer. Guck mal, hier raus kommt das. Radisama! Boah, ich fühle mich so sexy, Leute. Ich habe gewonnen, ja, Bits. Baby. Ich schwöre auf alles. Sobald ich den Stream beende, ne? Ich kriege so ein Ding in den Hosen. Ich denke mir, boah, morgen 20 Uhr muss ich wieder rein. 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 Sam ist ein Hundeslusterer. Peace out und Radisama!